Hallo liebe Freunde und weiter geht's mit God of War 2. Wuhu, da freue ich mich schon den ganzen Tag drüber, dass ich jetzt endlich hier solche Spiele aufnehmen kann wie God of War. Und? Nun ist mein Traum in Erfüllung. Ist das nicht wunderbar? Ich hoffe, das haut wenigstens hin mit. Grafisch, das hat nicht so ein Desaster wird. Na komm, pack, Junge. Und? So, geschafft. Verarschen. Hinterhalt. Komm hier aufs Maul, aufs Maul. Komm. Stirb, du kleiner Paster. Tja, hättest du wohl nicht gedacht, war jung? Blöder Idiot. Pass auf, Käsefußattacke. Oh, du Assi, nimm deinen Käsefuß aus meiner Sicht. Ah, Spassi. Ja, ja, Wandbesteigung. Wie sind das, euch schwule Wandbesteiger? Ach ja, wenn euch die Grafik noch nicht so gepasst, wie ich das schon sagte. Ich werde mein Bestes daran tun, es irgendwie wieder zu ändern, damit dieses Ruckeln da rausgeht und so. Also im Moment geht's ja sogar noch. Und manchmal ist es halt ja ganz schön blöd. Warten, warten. Ja. Da stellen wir uns nicht so stimpihaft an. Ja, meine Mutter hat mich letztens schon wieder gestört, als ich hier aufgenommen hab. Penis, komm mal hier hin. Komm hier hin. Ein goldener Fatzke. Geht doch. Wir wechseln mal lieber Sicherheitshalber in diese Bekte. Nee, es ist nicht so gut, sieh nicht nahe. Genau deswegen hat es mir aber immer wieder zu spät eingefallen. Komm hier. Weg. So, jetzt geht's aber dem ollen, goldenen Fatzke da an. Den Schritt. Sag ich jetzt mal so ganz blöde. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Hoffentlich funktioniert das. Wo geht's mir um zu tun? Nein! Oh, verdammt! Das ist so ein Aufstand. Bis sich jeder Obermacker. Das ist so schräger. Welcher kommt die Reaktion vom Spiel, also das Bild viel später, als die Aktion, die ich drücke. Deswegen kann ich gar nicht so schnell nachvollziehen, wenn ich sie knappe drücken muss. Boah, im Moment läuft's nicht. Boah, aber knick. Tja, immer ein paar schöne Namen verpassen. Oh, sieh da. Scheiß Grieche, du. Geh sterben. Oh. Oh, nee, ne? Ey, ich bin gesprungen. Sausack. Wieso hat mir das denn jetzt gezogen? Ist er irgendwie assi oder so? Blöder. Komm. Ich geh voll in meinem Element. Weg. Das kann doch nicht wahr sein. So viel kannst du auch nicht aushalten. Knie dich nicht. Boah, nee. Das ist vielleicht ein scheiß Boss hier. Ich hasse dich. Dich und deine Mama. So nix über meine Mama. Hast du was gegen meine Mama? Ja. Bronze. Ich hasse diesen scheiß Kerl. So, jetzt aber. Wenn da kriegt jeder nicht beim ersten Mal hin. War klar. Da würde... Irgendwie bringt mir die linke Seite da nicht so richtig Glück. Boah. Jetzt wird er unfair. Oh, ja. Boah. Boah, nee, nicht diese Seite. Jetzt drücke ich bestimmt Kreis, obwohl er was anderes... Nee, doch nicht. Mal Kreis. Quadrat. Ich hab Quadrat gedrückt. Sau. Du Sau, du. Komm hier. Der macht mich eher fettig als ich eh. Mann. Das kommt. Immer noch mit dem Kreis. Sauber. Quadrat. Noch Quadrat. Oh, jetzt lass mich ihn rufen. Nee, lass mich los, du Sack, du. Was? Oh, klasse. Nicht sauer. Oh. Oh. Der ist aber sauer. Blöder Wichser. Ein paar Minuten haben wir noch zum Aufnehmen. Das kriegen wir hin. Ja, komm. Ich will mich auch wieder bewegen können. Hallo? Hallo? Oh. Bitte lass mich dich wieder bewegen lassen. Tolles Deutsch. Ich weiß aber. Wozu stellen die da so eine Kiste hin, wenn ich mich gar nicht aufladen brauche? Können die mir mal das erklären? Nein, ich beschwere mich mal nicht. Toff, 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 toff. ÖH! Bogenschutz! Oh, Speicherball. Huch, war ich mal wieder zu schnell. Komm hier, du! Postapokalyptischer Neger. Gott, mir gar nix. Boah, das hast du jetzt davon. Blutbad à la Mark Kampsov. Der dachte, ihr Säcke, göttliche Kraft. Waltet in meinem Blut. Gib mir dies. Gib mir das. Huch, da war ein bisschen weit. Mir läuft die Nase. Tut mir leid. Ich bin heute nicht so gesundheitlich auf dem besten Punkt meiner jungen Karriere. Ich bin heute nicht so gesundheitlich auf dem besten Punkt meiner jungen Karriere. Stroh! Scheiß Assis Überraschungsangriff. Not 1945 Wibblefind Achsdonk Gonna sterb, du... ... vollohnen Typen. Ein Aufzug. Dies finde ich ja nett! Ja, die ersten Part wird die Qualität höchstwahrscheinlich genauso verbleiben, wie sie jetzt ist. Daran kann ich nichts ändern. Weil im Wind will ich mich jetzt noch nicht so befassen. Das wird schon irgendwann... Was guckst du denn so? Keine Ahnung, aber... Ich suche dich nicht, Zeus. Ich werde das allein schaffen. Ich biete dir mehr als nur Hilfe an, Kratos. Ich biete dir... Mord. Kluz. Ich möchte dir die Klinge des Olymps geben. Ich gebe dir das Schwert, das den Krieg gegen die Titanen entschied. Nimm es und speise es mit deiner göttlichen Kraft. Korrekt, Mann. Dann wird es zu einer Waffe unvorstellbarer Macht. Warum hilfst du mir jetzt? Tja. Das werden wir wohl erst im nächsten Part erfahren. Wenn ich mich zwischendurch nicht verabschieden sollte, tut mir das leid. Dann habe ich einfach zu lange gezockt, weil ich im Eifer des Gefechts einfach mich hier verloren habe. So lange nehme ich jetzt auch nicht mehr auf. Stimmt. Ich werde jetzt einfach mehr. Ich habe die Power. die ganzen Spastiaten. Oh, Entschuldigung. Die Spastiaten haben ja gar keine Schocks gegen mich. Wah, ha, 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 ha. Du! Grüne Fisten. Oh. Du. Oh. 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 Kommt ihr hier. Ich hasste euch und eure Mama auch. Eure Mama hasste euch genauso. Sterbt einfach. Und das will ich mit eurem blöden Fall in Ruhe. Ihr habt alle Sackraten. Wer ist down, jo? Ich weiß noch nicht mal, ob ich das bis zum nächsten Speicherpunkt noch schaffe. Der ist zwar da oben, aber ich mach das einfach. Risiko ist Risiko. Sonst kann ich mich halt nicht verabschieden. Dann schneide ich halt die Verabschiedung raus. Kicken. Hä? Das finde ich jetzt nicht korrekt. Mach das weg. Ich geh von meiner Zeit runter. Ich schaff das noch. Los, 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 los. So. Los, 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 los. Ob ich denn nicht jetzt einfach schon rüberspringen kann? Man weiß es nicht. Ich werd's nie erfahren. So, Leute. Genau hier beende ich den Part. Und hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also wünsch ich euch weiterhin viel Spaß. Haut rein. Guckt immer schön weiter zu. Und ich sag mal bis denne Hori-Tüte. Und tschö. Los. Los.